ich kann euch keine professionellen videos machen wo ihr begeistert das seht und dann informiert seid alter ich will dass ihr durchdreht innerlich weiter zwischen 26 1 und dem 11 2 wurde bekannt also am am 26 ersten wurde bekannt dass es 90.000 infizierte gibt die haben mit dieser zahl angefangen nachdem das bekannt war damit haben sie angefangen mit 3000 durch die medien schießen zu lassen in dem zeitraum 26 1 bis 11 2 wurde laut medien immer mehr infizierte gemeldet bedeutet die zahl dieses corona virus hat nur 24 stunden gebraucht um 90 millionen 90.000 menschen zu infizieren wenn man sich jetzt mal diese ganze scheiße hier mal anguckt ja weiter sind 15 tage sind ganz primitiv wie damals in der schule oder dann kommen wir auf ein ergebnis von von 1.350.000 infizierte am 11.02.2020 wenn die infizierten zahlen konstant so angeblieben sind wie am anfang was man nicht vorhersehen kann bedeutet die 350.000 könnte man eigentlich weg machen und dann bleiben eine millionen infizierte übrig bedeutet eure 40.000 die aktuell durch die medien geschossen werden eine komplette lüge alter vertuschung ermordung das ist regierung alter ja manipulation weltbevölkerungsreduzierung sie töten milliarden menschen das hatte nicht mal ist das ihr pisst euch ein über sachen die hitler angeblich getan hat weil die usa das in die weltgeschichte geschrieben hat die siegermacht schreibt die sie hat das doch alles da reingeschrieben alter nachdem die hier alles zerbombt haben heute macht ihr ja nichts anderes alter das ist ja noch schlimmer alter das was ihr heute macht das ist noch schlimmer alter weil es sieht man nicht ja 5g schirmtrails schirmtrails emf felder ihr verkrebst die leute alter das ist aufgefallen jetzt tötet ihr sie mit dem virus alter und vertuscht die richtigen zahlen ja schöne scheiße alter ich werde euch vernichten alter wartet nur aben ab